Die erste Community-Oper in Salzburg haben wir gemacht, weil wir uns hier selber einleben wollten mit einem eigenen Projekt, nicht nur mit Arbeit, die wir von anderen bekommen, sondern uns selber Arbeit organisieren. Und das hat sehr gut funktioniert. Salzburg ist für so ein Projekt ein gutes Pflaster und dann haben wir einen Kulturpreis bekommen und dann haben wir gedacht, gut, Kulturpreis, das ist zwar eine Auszeichnung, aber das ist auch eine Aufforderung mehr oder weniger, sowas brauchen wir hier öfters und dann haben wir uns entschieden. Ich liebe Talente, Stärken, Spräche und die zusammenzubringen und eine gemeinsame Sprache, damit man sich verständlich macht, dass man die Regisseur wird. Dass man an das berühmte Wort teilhabe, dass man die Menschen, die hier leben, teilhaben an dem kulturellen Leben, was hier passiert, und zwar aktiv. Ich habe eine sehr spezifische Rolle. Ich bin in diesem Projekt als eine Arts-Educatorin, und ich bin eine Consultante mit Bridging Arts von Toronto, Ontario, Canada. Ich bringe skills from 40 years in education and in retirement. I have freelanced projects in Kazakhstan, Estonia, Germany, Austria, England. Und für Bridging Arts, I've fallen in love with their work. And I come in to help with the children, the students. Well with children, I believe an educator, an arts educator, has to establish a relationship with the children. So when I am brought in and I don't know them and they don't know me, it is very difficult to build the kind of trust that allows human beings to take risks. So was macht mit so vielen verschiedenen Menschen. Wir haben so bis von klein bis sehr, sehr ältere. Und das ist schwierig. Das ist schwierig, aber das ist, was es auch schön macht. Die Beziehung ist ein Kapitel für sich. Also insgesamt kann man pauschal schon mal sagen, dass ein Drittel bis die Hälfte öffentlich gefördert werden muss. Man muss also versuchen, dass man bei Gemeinde, Stadt und Bund Gelder dafür bekommt. Die andere Hälfte ist das, was man selber hereinbringt. Das sind die Einnahmen durch den Verkauf später, der Kartenverkauf, Sponsoren, Werbung im Programmheft, was wir dann haben werden, Spenden von privaten Menschen. Und dann die dritte Säule ist Sponsoren, wo man versucht, dass man entweder über Stiftungen, die für solche Projekte Gelder haben, dass man da in die Förderung kommt. Dass man sich in das an geradeaus Stelle herum verbunden hat, Cuz man nebenbei, wo man sich in der ersten Zeit anschauen kann. Wenn man sich zusammenarbeiten, wie man sich zusammenarbeiten, wie man sich zusammenarbeiten, in der erste Säule in der ersten Säule einenmesen, in der erste Säule in der ersten Säule und die Zeit, auch in der erste Säule, in der ersten Säule und das erste Mal machen. Und wir kommunikieren. Musik Musik